Hallo zusammen, das ist der Christian Baldinger, Goalie vom FC Überdutz Nr. 15. Ich bin der Robin Kamber, Nr. 36. Wir grüssen euch aus einem sonnigen Beleg. Ich hatte gerade eine strenge Trainingseinheit am Tag 4. Und langsam kam die Müdigkeit. Ja, das kann ich auch nach dem ersten Spiel bestätigen. Heute haben wir noch intensive Sachen gemacht vor einem taktischen Training. Und wir geben 100% jeden Tag. Und wir grüssen jetzt auch alle Fans von hier, Familien. Wir haben wunderschönes Wetter. Genauso schön wie im Baldinger sind in Tondo Hor. Wir haben ausgezeichnet Essen, gutes Hotel. Und wie gesagt, wir grüssen nochmal alle und auch Familie. Tipptopp passt alles. Morgen geht es gegen Danzig aus Polen. Hoffen wir, dass wir erfolgreiches Test gestalten können. Und dann geht es noch ein paar Tage, dann sind wir bald wieder zurück im leichten Stein. Und dann geht es noch. Dann geht es noch ein paar Tage. Ich komme mit dir.